Du hast etwas für mich? Worum geht es? Ein Brief. Man erbittet eine Anwesenheit im Südwesten, in einem Dorf namens Etelney. Nun, ich werde oft gerufen. Was ist daran so besonders? Mich wundert nicht der Empfänger, sondern der Absender. Die Nachricht wurde mit armer Mitstreiter Christi signiert. Ah, unser geheimnisvoller Helfer. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre Basim, der uns die Namen dieser Ziele übermittelt. Das schien mir das Wahrscheinlichste. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vielen Dank, Heiter. Ich kümmere mich darum. Das ist ein Gallus. Wir sollten Hunde halten. Vielen Dank. Das ist ein Gallus. Vielen Dank. Das ist ein Gallus. Das war' Schöpfchen. Dann suchen sie einen einen Applaus. Ach, die辽 Oh! Was ist das? Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein. Gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen. Falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett. Ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Windcaster geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt. Und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Metallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfeth? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Elfeth. Wer ist der Großmagister des Ordens? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eibor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube. Den hast du dir verdient. Damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Du bist ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen. Oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebender. Oh, verflickst. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Evo. So Gott will. Begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Scheibenstube. Sie ist irgendwo ein Windcaster. Oh, Grundgütiger. Sie sieht ja an. Kleine Rußhäufchen. Gute Frau, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Sei's drum. Lass sie abkühlen, dann versuchen wir's erneut. W- Was ist Zeit für mich? Evo, suchte dich Basim in Nordwege auf? Er sagte, er würde sich dir anschließen. Doch nun bist du hier und kein Wort von ihm. Heiter, ich habe schlechte Nachrichten. Basim griff uns in Nordwege an. Vergeltung für irgendein Vergehen, ob es nun stattfand oder nicht. Du meinst, du meinst, du hast ihn getötet? Sigurd und ich zusammen. Ich weiß, das ist sehr... Ich verstehe das nicht. Warum würde er so etwas tun? Er liebte Sigurd. Er liebte dich. Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht können wir eines Tages mit mehr Klarheit darüber sprechen. Fürs Erste hast du mein tiefstes Mitgefühl. Nimm nur, Heiter. Die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen noch König Elfretz. König Elfretz? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und du, Eivor, nun, da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Heiter? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Unterschiedliches. Euer Credo verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrechtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen? Eine andere Sicht ist immer willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar. Ja. 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 Ja.